Krise, na, wie ist die Lage? Alle wieder da? So, na? Hell ist das heute, viel zu hell. Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Hier, schlafen alle? Super. Keine Ahnung, was wollten wir denn machen? Ähm, genau, ich war nur mal kurz, ganz kurz, nicht lange, nur mal kurz, habe ich alleine ein bisschen, was denn hier, schlafen sie alle, ein bisschen Schießpulver gesammelt. Also, was heißt gesammelt? Äh, Schwefel gesammelt. Um, Schießpulver herzustellen, um, was ist denn hier, jetzt arbeitet doch mal ein bisschen, ne? Gut, ich mach du hier weiter, ne? Gut, genau. Also das, dann habe ich hier mal wieder ein paar Bälle in Auftrag gegeben. Hm, das war's eigentlich. Was haben wir denn als nächstes vor? Äh, hä, 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 hä. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Wir haben noch ganz schön viele Punkte, obwohl wir gar nicht mehr viel vorhaben. Ähm, na, wir können mal diese Essensbeutel machen, dann könnten wir theoretisch, obwohl, können wir ja selber füttern. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir mit den Bunten machen, hä. Bin ich ehrlich. Hier, Betäubungsknüppel. Der wäre nicht schlecht. Der wäre auch interessant, aber... Hm. 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 Brauchen wir den eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. So, das läuft ja hier, ne? Das läuft und... Das läuft auch irgendwie. Ich weiß zwar nicht, wo sie ist. Das läuft auch. Jo, was geht's hier? Was arbeitet hier schon, ey? Munition haben wir auch ein bisschen... Uh, haben wir Hubbrus. Mhm, 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 mhm. Gucken wir mal, was wollten wir denn alles? Was müssen wir denn noch alles machen? Wir müssen ein bisschen... stärker werden. Hm. Achso, wir sind in den Dungeon reingelaufen. Aber wir hätten eigentlich mal nach dem gegucken müssen, ne? Ähm. Obwohl, das Level 49 ist ein bisschen hart, ne? Wir können hier mal ein bisschen... Ähm. Hier haben wir... War ich zwar mal ganz am Anfang? Hm. Da haben wir schon ganz schön gut was aufgedeckt. Was auf jeden Fall fehlt, ist das hier alles. Da müssen wir noch mal hin. Da haben wir ein bisschen aufdecken, die Karte. Das können wir auch erst mal machen. Theoretisch können wir von hier aus gar nicht rüberfliegen. Äh, wir schauen mal. Essen haben wir dabei, haben wir dabei, haben wir alles dabei. Die Rohr. Ich kann mir noch mal ein paar Bälle mitnehmen. Hm. Läuft eigentlich. Schmich und Leder, ich grieße dich meiner. Na? Was geht? Ach hier, guck mal, wir haben hier noch Eiers. Wir müssen noch Eiers ausbrüten. Oh, hier, um zu großen Paarung. Brüten wir erst mal eine Runde. Na, schmich, Uliwo. Wie ist die Lage? Oh, hier, wir haben 10 voll. Sehr gut. Ach, das ist noch nicht fertig. Okay, ja, lange drücken. Heißes Jumbo-Ei. Was ist drin? Oh, nochmal so ein Hündchen. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Also eigentlich können wir in Zukunft mehr Eier mitnehmen. Aber nur noch große, ne? Nur so Jumbo-Eier. Guck mal, hier ist noch das dritte. Ja, sehr gut. Das läuft, ey. Hier, wieder Zähne voll. Das ist gut. Brauchen wir nicht sammeln. Hm, mhm, 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 mhm. Ja, jetzt ist die Frage. Hm, eigentlich haben wir alles. Wir haben noch Statuspunkte. Zwei Stück. Was machen wir denn nochmal auf Gesundheit? Hm. Ich hätte hier eigentlich gerne mal voll, ne? Also ich mach das jetzt auch einfach mal. Ist egal. Guck mal, jetzt haben wir hier eine Tonne können wir schleppen. Da fehlt ja auch noch einer. Wir müssen doch so ein grünes Ding sammeln, ne? Wo wollen wir denn hin? Ah, das sieht ja super spektakulär aus da drüben. Genau da wollen wir hin. Da zum Grün, ey. Ich hoffe, wir haben alles. Wenn nicht, dann kommen wir nochmal zurück. Fliegen wir erstmal eine Stunde dahin. Boah, ich überlege die ganze Zeit, wie wir diesen Tönnis da hinten legen, ey. Und mitnehmen. Dir den Level 50, Draken. Den sehe ich ein bisschen bei mir. Bisschen. So, wenn wir jetzt hier das letzte grüne Ding da sammeln, dann haben wir alles voll, ne? Dann können wir das letzte Upgrade machen. Schon mal nicht schlecht. Dibidip, dip, 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 di, di, di. Hier ist ein Hirsch. Level 40. Brauche ich den auch noch, ne? Müssen wir eigentlich mal mitnehmen, ey. Komm raus, Wuppi. Wir nerven den da vorne mal ein bisschen. Komm her, du Hirsch. Ach ja. Wieso übertreibt der immer so? Ja, das war's mit ihm, ey. Oh, der sieht aber auch wieder super unspektakulär aus. Aber wir fliegen jetzt trotzdem mal einmal drum herum. Gucken wir mal. Vielleicht gibt's auch da noch irgendwas. Können wir auch das Hühnchen nehmen. Die brauchen wir auch noch, ne? Aber die halten so viel aus und dann auch noch so viel Bälle. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Hier ist auch so ein anderer Tönnies. Den nehmen wir mit. Da sehe ich mich. Komm mit. Manchmal läuft's und manchmal halt nicht, ne? Boah. Reichgelb. Ich glaub nicht. Ich weiß nicht, was mit den gelben Bällen los ist, aber irgendwie rocken die. Der ist auch zu stark, ne? Ich hab nur so starke dabei. Boah. Komm mit. Ja. Der der nicht drin bleibt, ey. Ich saß dir. Bleib da, aber. Ja. Haben wir auch noch. Ui, da. Ich versteck mich einfach dahinter. Na? Wie ist die Lage? Geh doch nicht auf mich. Geh doch nicht auf mich. Irgendjemand hat sie auch auf mich abgesehen. Ich weiß nicht, wer. Ja. 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 Ich weiß nicht, wer. Ein bisschen lustig ist das, ja, ne? Schieß doch. Wow, die bringen den um. Ja. Ja. Brücklech. Ich glaub jetzt ja. Bisschen Munition, Spuren. Ich bin doch ganz entspannt, ne? Nehmen wir noch erstes Ei mit. Wo ist es? Irgendwo hier lag's. Aua. Nicht ich schon wieder. Ja. Ja. Hm. Ja. Schimpf nicht, komm mit! Da ist auf jeden Fall sehr viel Munition gespart. Level up. So macht man's. Oh, da sind sie wieder. Warte, ich bin nicht so schnell. Hm, sehen wir dich. Fliegen wir denn jetzt hin? Können wir mal einen schnellen Abstecher darüber machen. Da ist noch so ein grünes Ding. Ja, langsam wird's weniger, ne, beim Spiel. Ich glaub, so viele Stunden wären's noch nicht mehr. Ein paar noch. Also auf jeden Fall müssen wir noch irgendwie die ganzen Busse, die müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie legen. Das hat Priorität, ne? Na, wie ist die Lage? Ach, ja. Sterben wir mal so schnell. Hier ist doch immer überall so wenig los in den ganzen Startgebieten. Da ist immer so viel und hier im Schneegebiet oder Wüstengebiet. Oh, das ist hier so, das ist dieses Erz. Das markieren wir uns mal hier, ne? Das ist immer gut. Das Ur-Erz. Was drück ich denn hier gerade? Heute bin ich ja auch viel, ne? So hat man. Oh. Das ist immer die Frage, ob das nicht zu stark ist hier. Stirb nicht! Tot! Gut. Ach Mensch, was ist denn hier immer? Oh. Oh. Jo, ein Riesenei. Das nehmen wir mit. So. Auf ein neues. Ähm. Jo, mehr aber nicht, ne? Ja. Zehn Prozent. Hm. Fast reich! Dreich! So. So. Was ist denn mit dir jetzt? Komm doch mal mit! Ja! 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 Die ist hartnäckig, ne? Ich will mir aber noch ein bisschen Munition sparen, das ist gut. Also ich weiß ja nicht, aber irgendwie habe ich die meiste Fangwahrscheinlichkeit mit den gelben Bellen. Ich nehme nur noch die. Müssten wir auch mal mitnehmen. Mach mal Ärger. Nee, da rüber. Guck mal, der ist böse. Mach mal was Wuffi. Nee, gab es nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. Was machst denn du? Nee, geh abgehens. Was soll ich dazu sagen? Ich hatte aber keine Lust noch woanders hinzugehen. Ich bin nur ehrlich. Wie kann man denn bei dem dicken Elefanten daneben schießen? Ich habe nur eine Fangwahrscheinlichkeit von 6%. Aber die gelben Bälle? Ja. Oh, komm mit. Nee, alles gut. Ich habe sonst alles. Dank dir. Jo, das ist Kommunikation 2024. Alles über den Shit. Ja. Aber wie kann man denn immer so übertreiben? Hör auf! Also wir nehmen den Wuffi auch nicht mehr. Der ist auch sogar für die Elefanten. ... Der brutzelt die einfach runter. Ja. Warte. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Ach so viel Text. Ja alles gut. Nee, passt doch. ganz ruhig gerne hier drüber schreiben. Dafür ist das doch da. Darauf freut sich YouTube. Es ist so eine Frage, ob sich es lohnt, darüber zu gehen. Was sagt denn die Karte? Aber wir haben noch so viel nicht erforschtes Gebiet. Hier unten dünnes Links bauen wir auch noch. Krise. Aber es ist ein bisschen schade um die Munition. Ich habe auch gar nicht mehr so viel, sehe ich gerade 70 Schuss, also wir müssten noch mal schnell zurück. Noch mal andere. Müssen wir noch mal herstellen. Warte ist. Willst du knutschen oder was? Okay, bekommst du ein bisschen später. Macht ja nichts. Ähm, wie nehmen wir denn? Wir könnten den großen Drach an dem? Der macht aber auch viel zu schade. Geht. Ja, das ist er auch noch. Meine Güte, die sind aber auch super hartnäckig. Mach ich nicht ganz viel kaputt. Mach eine kleine Attacke. Mach irgendwas kleines. Auf, was denn da brennt noch. Natürlich hat er eine Krone auf. Der ist König. Ich habe mich gekrönt. Das ist König einer. Bauschutt. Der unverwechselbare. Der einzigartige. Mensch, was mache ich denn hier? Die sind alle so stark. Das ging. Das war nicht ganz so stark. Oh, die ist nass. König der Benz-Baracken? Was? Das ist doch schön bei mir. Wenn das eigentlich Nacht wird, ne? Und wir sind hier beim Schnee, gedöhnen sie. Oh, frieren wir da? Guck mal, Level 41 gegen... 42. Was los, Wuff? Oha! Das ist doch echt eine abgekriegte. Guck mal, den Rest mache ich. Eine kriegt er noch, ne? Das ist richtig schlecht gelaunt. Ja, mit der Friese, ne? Ist das super. Gucken Sie mal an, ne? Warte. Ich bin drauf abgelehnt. Da. König Reimer. Jetzt bleib doch mal hier, ey. Was ist denn mit dir? Ach, die haben ja auch nur 20%. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt gleich kalt wird. Pass mal am Wind an. Ist schon Nacht. Gleich ist Nacht. Dann ruppt die Kälte richtig rein. Noch ist nicht Nacht. Ich will den Kampf noch nicht anfangen. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist mir galt. Oh Gott, das reicht nicht. Naja, das war's. Tschüss, Rainer. Das war's mit dem reiner, erfrorenter Hund. Reiner, schöner. Ja. Jetzt sind wir mal schnell gestorben, ne? Hier ist auch kalt. Ist ja auch kalt. Nicht hier so warm, ne? Ach ja. Können wir gleich noch ein bisschen Pistol-Munition herstellen. Hier, Bälle mitnehmen. Pistol-Munition. Ach, wie alles leer geschossen, ne? Hier, Schießpulver habe ich noch ein bisschen was gemacht. Ich habe, glaube ich, noch mehr gemacht, oder? Ist das alles? 100 mal 5 sind... Passt, ne? 505 Schuss. Machen wir nochmal. Ich habe nicht mal ein Bett hier. Huch, kalt. Gehen wir nicht hier hoch. Mh, 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 mh. Ich kann hier ein Bett bauen. Oh, hier ist kalt. Warum ist hier kalt? Ist doch Dach drüber. Könnte ich hier mein Schlafzimmer einrichten. Schön hier bei mir. Hier wohne ich jetzt. Kommt mein Bett hin. Bau mein Bett. Hälfte unten. Guck mal, mache ich mir noch ein paar Blumen... gemütlich bei mir sein ich muss das selber bauen das ist ja ärgerlich bau das danke und jetzt hier ja danke ich habe nicht so viel möbel ich habe ja ich habe auch ein klo im bau antiger klo muss bau den so perfekt ins bett könig reier schläft jetzt ja 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 Entschuldigung, bin ich alle durch. Perfekt. Ich mache jetzt noch ein bisschen Munition. Wir könnten uns noch mal so eine kälteresistente Rüstung oder wir nehmen uns einfach eine Fackel mit. Fackel. Ich glaube eine Fackel hatten wir noch bei Waffen. Oder auch nicht mehr. Wir machen uns einmal eine zweite Rüstung. Oder wir machen uns wirklich mal so eine arktische Rüstung. Wir haben doch hier Arktische Tracht, Bauplan 2. Tropische Tracht. Kälteresistente, Hochwürde. Wir gucken mal, was beide kosten. Das ist ja schon ein paar mal passiert, dass wir hier gestorben sind. Wir haben keinen Stoff. Stoff können wir erst schnell herstellen. Mach Machstoff! Passt! Danke! Choosen! So, wir könnten uns jetzt eine arktische Tracht machen. Stoff, Eisgrüsen, altige Bauteile oder eine... Was war das andere noch? Hier, kälteresistente. Hochwertige Metallbahn 80. Ui! Sehe ich nicht so ein, weil wir uns dann eher nochmal diese... Palladium Rüstung oder was das war machen. Ähm... Nö, gut, dann machen wir einfach die hier. Die ist ja noch... Die mach ich selber! Hallo? Kann mir einer helfen? Dankeschön! Ihr wollt doch nicht, dass der König friert! Danke! Och, guck mal, die sexy hier noch! Sexy Kleidung ist das! Ja, theoretisch können wir das mitnehmen oder können wir schon wieder abbauen? Hier wird's ja auch... Machen wir auch nicht! Hier wollen wir hin! Ähm... Gut! Oh, da gehen wir halt nochmal! Wir können ja gar nicht provozieren! Wir haben gar nichts! Ich wollte die gerade fangen! Oh, wir haben ja gar nichts! So, dann holen wir jetzt unser Zeug wieder! Virus, nein! Oh, nein! Wow! So, was. Was... Was merkt ihn gerade? 200 Meter Also ich will nichts sagen, aber gut läuft das gerade nicht Hä, ist es ein Metall gestorben, naja, aber wir müssen das grüne Ding noch holen. Oh, warte, jetzt das grüne, geht dünn sie hin. Wir waren hier eh fast am Ende, wir können nachher hier gleich hoch. Hä? Wir stürzen gleich ab. Da vorne liegt es. Das holen wir noch und dann sortieren wir mal schnell hier. Die tauschen wieder, ne? Alles durcheinander jetzt. Ja, also die Schnee wälze ich jetzt nicht so. Ja. Das ist ja alles durch in der Neue. Ne auf ich. Jetzt haben wir natürlich die Baupläne auch noch dabei. Und Stoff und jetzt haben wir irgendwie alles dabei. Munition. Pistole. 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 Rote Bälle müssen wir uns auch noch mal machen. So, das ging ganz gut, weil er nicht ganz so viel Schaden hier macht. Der Jochen, der Jochen macht gerade gar keinen Schaden, der kriegt gerade nur höllischen Schaden. Ja, komm, ich sehe das Geräusch, ich sehe den Mür. Ja. Ja. Tipp, 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 tipp. Irgendein Geräusch ist immer noch die ganze Zeit hinter mir. Oh, da höre ich noch ganz andere. Wir holen gleich ab. Die habe ich gehört. Oh. Oh. Was macht denn die Karte? So, wenn wir jetzt hier... Ah, guck mal. Links lang. Da müssen wir nochmal hin. Oh, Level 50. Bisschen knackig hier mal Level 50, ne? Mal gucken. Mal gucken, ob ich hier richtig... Ja, weiter links. Oh, Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für Stück. Hier ist eine Kiste. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir gelbe Bälle, oder? Oder grüner Ball. Eine Miau-Kristalle. Komm mit, Kätzchen. Oh, nur 11%. Ries. Ich glaub, die ist... Die ist rollig. Sieh, sie bauen mir auch noch welche. Wird das schon wieder dunkel? Naja. Haben noch halben Tag Zeit. Spile, ne? Stimmt. Uns erfrieren wir hier wieder. So, und hier ist irgendwo... Auf der linken Seite? Hier auf dem See? Ähm... Oder auch nicht. Doch. Level 50. 13.000 Schaden? Oh, wir machen aber wenig Schaden. Zwei. Ui. Ich glaub, wir werden erstmal unseren Vogel retten. Guck mal. Guck mal. Testen das mal mit dem Wuffy. Jo, haben wir noch... Ein Drittel da haben wir noch. Der Wuffy, der rennt da gleich hin. Der macht jetzt gleich Krawall. Doch nicht. Der wollte drum rum gehen. Oh, viel Schaden machen wir nicht, ne? Was ist das? ach so du willst zu mir irgendjemand kriegt schaden das ist natürlich praktisch wenn die immer hin und herrennt 12.000 schaden wir machen halt nur einen schaden also würden wir schon hinkriegen dauert nur ein bisschen ja 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 Was ist das? Ich sehe halt keine Lebensanzeige, das ist ein bisschen schade. Jetzt sehe ich einer. Ach, der macht doch. Das geht doch irgendwie, oder? Wenn sie brennen, ist es besser. Das einzige Problem, was wir kriegen werden, glaube ich. Also wir hätten es geschafft, aber wir bräuchten mehr Zeit. Die steckt irgendwie fest. Aber wir haben erst 4000 Schaden gemacht und dann haben wir noch einen Viertel Tag. Und ich selber mache halt nur einen Schaden auf die Entfernung. Keine Ahnung. Einen Schaden auf die Entfernung. Diese Attacke, die müssen wir auch mal canceln bei ihm. Feuerhauch. Die ist da, Welle. Hm. Lieber Feuerhauch, oder? Schauen wir mal. Ich glaube, Feuer macht guten Schaden, ne? Das ist sehr spektakulär, ne? Aber es wirkt. Viertel Tage haben wir noch. Das ist der Feuerhauch. Hm, das macht auch nicht so viel Schaden. Ich bin drin. Ich bin drin. Die Frage ist halt, wie viel Schaden der dagegen macht. Aber wir haben halt nicht so viel Zeit. Aber wenn der richtig reinruppt. Oh, ich glaube wir kriegen Abbesuch. Oh, ich glaube wir kriegen Abbesuch. 65 Schaden. Ist jetzt nicht so die Welt, ne? Aua. Ich bin mal mit hier. Jetzt finde ich ihn jetzt ganz schön down. Oh. Ja. 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 Ich will nicht sagen, aber wir müssen uns nochmal so einen Geldschutz machen. Ach, ja. Müssen wir, glaube ich, in Zukunft nochmal ein bisschen anders angehen, die ganze Geschichte. Wir nehmen jetzt mit. Der ist kaputt. Wir haben noch so einen. Der hätten wir auch noch, ne? Weißt du, was? Den nehmen wir einfach mal mit. Einfach mal zum Testen. Ja, gut. Müssen wir unser Stuff wiederholen, ne? Gut. Legen wir uns nicht nochmal damit an. Erstmal. Aber ich komm wieder. Da hätten wir nicht gestorben. Ich habe ja auch noch nicht den Eingang gefunden. Ja. Sorry, ne? Kann doch nicht immer gut gehen. Aber die Level 50, die sind schon ganz schön, naja. Ich glaube, da sollten wir auch erstmal ein ähnliches Level aufbauen. Das würde ich sagen. Grüße. Ach ja. Kriegen wir schon hin. Verbrauchten Goldschlüsse. Haben wir überhaupt einen? Ich glaube, einen könnten wir sogar haben. Entweder haben wir einen Gold- oder einen Silberschlüssel. Müssen wir noch ein paar Dungeons machen, um den Rest zu holen. Die ist auch die schlecht gelaune. Die ist auch die schlecht gelaune. Oh, hauen wir wieder ab von hier. Ich habe gar keinen Sinn. Also ich glaube, hier oben hört es auf. Wir können trotzdem hier nochmal einmal... Ist das ein Ei oder ist das ein grünes Ding? Hier ist das auf jeden Fall nochmal eine Truhe. Das ist ein Ei. Ach ja. Ja, ist ein bisschen stark, ne? Und ich glaube, der andere Drache, den wir hier in der Feuerregion hatten... Ich glaube, der ist noch ein bisschen stärker. Ich würde sagen, wir fliegen wieder zurück. Da unten ist der Eingang. Wie stark ist denn der? 46. Naja, egal. Auf jeden Fall ist der unten Eingang. Gehe ich jetzt nicht schon wieder hin. Ich will auch aus der Schnee-Region raus. Gehen wir erstmal nach Hause. Ach ja. Jetzt ist wieder alles durcheinander hier. Wir sortieren erstmal die Scroba aus. So, Baupläne Waffen, Baupläne Sachen. Da hau ich jetzt aber auch mal die beiden Rüstungen mit rein. Ich kann das hier immer wieder holen. Okay. Ich kann das hier hin. Ich kann das hier hin. Ich kann das hier hin. sturmgewehrbauplan grün haben wir schon ärgerlich da hätten wir lieber mal eins gebraucht schwarze schwarz sage ich lila wäre super gewesen so was haben wir ganz schön was das hier gewehrmunition pistolen munition hier sturmgewehrbauplan dann hol ich mir mal schnell noch was zu trinken und dann bauplan waffen armbrust die haben wir in lila ja bin ich sofort wieder da ein moment durstig bin ich rüstung beschädigt müssen wir gerne reparieren abonniere Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, da gibt es verschiedene. Ich hoffe, der ist noch da. Ja. Dann würde ich gerne mal... Knie testen. Stummgewehr nehmen wir nicht, Pistole. Pistole nehmen wir wieder, oder? Machen wir es mal den hier. Haben wir unsere Ruhe. So. Ja, der hat doch nur 4.000, ne? Also stark ist ja hier... Der dünn ist nicht. Gar nicht. Boah. Hä, das bringt ja gar nichts. Guck mal, ich habe einen eigenen. Jetzt guckt ihr beide, hä? Oha. Der ist viel besser, der andere. Wir könnten aber auch mal das Gewehr nehmen. Ja. 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 Zu wem willst du denn? Ja. 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 Hilfe haben wir runter. Hä, da steht ja mal in gar keinem Verhältnis. Wie viel hat er der Drache gerade? Ähm, 13.000? Ja. Wir müssen uns mal merken, dass wir 60 Schaden machen. Ja. 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 So amy So, geh wir zurück, laden wir mal das zurück aus, gucken was es ist Die Bedebti Erze Haben wir eigentlich auch noch viel, ne? Hmm 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 Hmmm... Ja, gut, no... Also, ich weiß nur nicht, ob der jetzt gerade so schwach war. Hier der. Äh, der. Der hier, ne? Der. Der eine. Von denen haben wir jetzt auch schon so viele, ne? Und es werden nicht weniger. Ach so, wir wollten ja gucken, ob das jetzt ein Weibchen ist. Also, wir haben Männchen, oder? Ach, wir gucken mal, da war gleich da unten. Schwarzpulver können ja noch mal ein bisschen was herstellen. Wo wird denn das gemacht? Hier. Ah, nee, warte mal. Wir wollten rote Bälle. Guck mal, haben wir nicht viele. Pallium, Metallbachen, Holz, Zement. Post, macht mal welche. Pistolen, Munition, sehr gut. Schießpulver machen wir hier gar nicht. Hier ist das Schwere, ne? Das müssen wir auch mal machen, irgendwann. Sturmgewehr, Munition, würde ich jetzt da noch mal ein bisschen was machen. Also, wir haben aber immer noch 800 Schuss. Wir machen noch mal da. Machen noch mal ein bisschen was. Und hier können wir noch ein bisschen Schwarzpulver herstellen. Ähm. Oh ja, 160. Passt. Machen wir auch. Ein Weibchen und... Das ist ja... Das ist doch jetzt nicht wahr. Ah. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Oh, der ist viel besser, ne? Da sind zwei Weibchen. Ja. Also, den... Ich weiß nicht so richtig. Der ist jetzt Drache und Erde. Drache und Feuer. Und nicht... Ach, Erde haben wir eh dabei. Hm. Wir müssen eh wieder austauschen mit Wasser, ne? Dann tauschen wir den wieder aus. Genau. Gut. Ein paar Plätze haben wir noch frei. Die Regeln hier. Jetzt haben wir zwei Mädchen. Da müssen wir dann noch mal hin. Irgendwann. So, wen brauchen wir denn noch alles? Jetzt gucken wir mal. Jetzt ist es nachts. Jetzt gehen wir auf jeden Fall nicht ins Schneegebiet. Äh. Wir gucken mal hier schnell. Hier ist alles abgehakt. Hier ist alles abgehakt. Hier müssten wir noch mal rüber. Obwohl ich nicht mehr genau weiß, was es da gab. Und der Weg ist soweit. Ähm. Hier. Gucken wir mal. Doch. Gehen wir den besuchen. Oh, nee. Nicht schon wieder so ein, Alter. Lass mich doch mal hin. Oha. Oha. Ja, mach du auch mal was. Oha. Ja, der ist fies, ist der, ey. Er hat einfach mal den Hund blockiert. Willst du mitkommen oder du stirbst denn? Kannst du dir jetzt auch suchen. Kommst du mit? Der da oben, den haben wir auch noch nicht so oft. Ich hab dir grad dein Leben gerettet. Jetzt sei mal nicht so, ey. Ach. Jetzt sind auch mal die Kugel hier weg. Aber wer schläft da hinten eigentlich? Ach, ein Surfer. Da wollten wir eigentlich auch noch mal einen Blitz schnellen. Wollten wir ihn noch mal mitnehmen. Oh, hier sind ein paar. Ja, schlecht. Das ist zu stark. Hältst du das aus? Hä? Locker? Zerneben geschossen oder was? Ja. Oh. Das Maschinengewehr ist schon krass, ne? Nee. Nee, geh weg. Oh, ich will die nicht noch mal. Ich hab so viele von denen. Ich will ich. Und? Haben wir noch nicht viele von, oder? Nee, siehste. Die leuchten so schön. Da müssen wir hin. Ja. Komm, die Rennerunde. Schlafen wir alle. Die haben wir auch. Wie nehmen wir denn? Wie nehmen wir denn? Das ist ja auch noch nicht so richtig. Käfer. Erde. Was ist denn hier? Ich würd sagen, Wasser, oder? Wasser löst Erde auf. Oh, wie schön der schläft, ey. Guten Morgen, Meier. Jetzt kriegst du gleich richtig einen Rücken, ey. Oh, oh. Geht. Ich versteck mich einfach hinter dem Ding. Wer haut eigentlich gerade hier wehen? Aua. Soll nicht auf mich. Spinnst du, oder was? Ich komm, meine Schlange ist zu groß wie hier drin, ey. Was ist denn mit der? Die Schlange ist so groß. 50. Ach, ich, schade. Muss ich halt mal wissen. Ach, Strom. Ich glaub ich gar nichts gegen den hier. Oh, das reicht. Alles gut. Der Rest noch nicht. Nee, 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 nee. Nicht das Kätzchen. Jetzt hab ich wieder das Geräusch. Das ist, glaub ich, immer... Ah, hier ist aber laut. Das ist ein Wasserfall. Ja, lass mich mal nachladen. Ja, aber mehr darf da nicht viel, ne? Willst du noch, ja, oder was? Der will ganz hoch hinaus, will der. Jetzt komm mit. Kannst zwar nischt. Aber ist egal. So laut hier drin. Ich hau jetzt hier auf. Ach ja. Oh nein, es ist morgen. Und ich geh alle hier auf den Sack. Hier sind nur grüne Leuchten. Hier sind echt ein paar grüne Leuchten nur noch. Holen wir mal. Ach so. Die nehm ich schnell mit. Weil ich immer hier bin. Doch, was ist denn davon? Guck, da ist noch eins. Nehmen wir auch noch mit. So, dann müssten wir mal schnell gucken. Was haben wir eigentlich? Gerade Tag. Naja, deswegen ist es ein Schnellreisepunkt. Gut. Gut, gut, gut. So. Wo geh mir jetzt hin? Hm. Also hier fehlt noch ein bisschen, aber ich glaub hier ist nichts mehr. Also wir können mal hier hin und einfach mal in die, in die Ferne schweifen. Ob wir da noch was sehen. Ne. Gar nichts. Da wär was. Das ist aber das nächste. Okay. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir alle. Es fehlen halt wirklich nur noch die ganz dicken hier. 49, 48, 50. Da fehlt noch das ganze Ding in. Wir könnten hier noch rüber und einmal quer rechts rüber fliegen. Ähm. Hier ist ein Händler noch gewesen. Machen wir mal. Außer wir müssen jetzt hier quer über den Bergen. Hier ist aber warm, ey. Schwitzt sich ja hier. Schwitzt sich am Hintern. Ah, ja. Gut. Wir sind jetzt hier und. Wir müssten einmal über den Berg. Ja. Den ignorieren wir jetzt mal. So ein Schwarzmarkthändler, ne. Da hätt ich auch immer noch mal. Die müssen wir auch noch mal. Müssen wir mal mitnehmen, ey. Da fehlt ihm mal der Sammlung. Die Sammlung der seltenen Tiere. Da fehlt der noch. Silberschlüssel. Siehst du, manchmal läuft's halt. Gehen wir mal einmal hier drüber. Dauert ein bisschen. Mein Vogel ist nicht so schnell. Oh, Schwefel. Nehmen wir mal mit. Hau mal nicht so viel. Ups. Nehmen wir mal ein bisschen Schwefel mit. Oh, das Maschinengewehr, ne. Das rupt aber richtig rein, ne. So, und was machst du denn hier oben? Okay, wir müssen uns wirklich hier dran halten. So viele, die ganzen Berge wieder hoch. Gib mir Mühe, dass das schneller geht, ey. Krise. Hab ich von dir schon alle. Weiß ich nicht. Kriegst du das mal, ey. Gefieder der Freund. Oh, jetzt wird's aber warm hier, ey. Bodys. Hartnäckig, ne. Sehr, sehr hartnäckig. Fangenwahrscheinlichkeit von über 40%. Oh, siehste. Braucht ihr noch welche? Oh, noch mehr. So, hauen wieder ab. Alter, wie kackt ein Berg hier hoch. Schauen wir mal, ob wir nochmal eine Pause machen können. Geht. Hier ist nichts, ne. Also wir hätten jetzt die Wahrscheinlichkeit, einmal mal... Aber da ist gar nichts. Also wir gehen jetzt nur mal ein Stückchen höher. Aber hier ist nichts. Da ist gar nichts erforscht. Ah. Ja, da waren wir auch schon. Also da waren wir noch nicht drin. Aber da würde ich jetzt auch nicht reingehen wollen. Also wir hätten in die Richtung, haben wir noch nichts erforscht. Und... Doch, doch, doch. Brauche ich gar nichts, ey. Also wir könnten da rein. Aber ich glaube, was bringt nichts. Ich glaube, wir haben so die wichtigsten Sachen... ...haben wir mittlerweile entdeckt. Hoffe ich. Dort verschreckt die Musik auf. Doch nicht. Also hier haben wir noch einen. Level 48. Feuer. Also. Ich glaube, in die Richtung fehlt uns noch ein bisschen was. So was, wir fliegen jetzt mal einmal schnell drüber. Hier sind noch ein, zwei Grüne. Drei Grüne. Na komm, wir fliegen jetzt einmal ab, Mann. Stürzen wir erstmal hier runter, ne? So, jetzt geht's runter. Oh, Schwefel. So viel Schwefel. Also ich glaube, für Schwefel sollten wir erstmal lieber... Also jetzt nicht genau hier hin, aber so die... ...diese Region hier. Die ist schon gut. Nehmen wir erstmal ein bisschen was mit, ne? Schwefel kann man immer gebrauchen. Die Bergbaumacher, ne? Die essen die ganze Zeit nur Bären. Und ich glaube, die haben nichts Cooles mehr da. Gut. Ein bisschen Platz lassen wir uns noch. Jetzt machen die hier wieder Stress. Wie sieht's aus? Oh, wir haben alles hier... ...so weit erforscht. Das war dieser Hardcord-Drache, genau. Aber da geh ich hier auch nicht nochmal hin, ey. Der hat uns richtig zerwichst. Oh, die brauchen wir auch noch. Guck mal, ja, du halber Hardcord. Aber mach ich nicht gleich wieder kaputt. Angst. Was hab ich eigentlich für den Ball? Nach roten. Oh, besser ist, ne? Das rennt noch nie so. Was ist die mit hier? Ich bin doch mal ganz entspannt. Oh, das ist ein starker, ne? Über gelb. Ist ja gar nicht so ein starker. So spät. So spät, jetzt kommst du mit. Oh, das ist ja gar nicht so ein starker. Oh, das ist ja gar nicht so ein starker. Ich find's ein bisschen ärgerlich, dass hier unten kein Schnellreisepunkt ist. 48. Aber... Was ich jetzt wieder über diesen beschissenen Berg... Ne, die haben wir alle, ey. Hmm... gehen erstmal zum anderen schnellreisepunkt meine güte das ist aber auch alles ewig weit immer weg hier wer nicht so schnell so schlimm wenn wir nicht irgendwas einen schnellen hätten zum fliegen oder teleportieren oder so also die punkt landung nicht ganz 49 ja ich würde halt die war immer angucken von den haben wir auch nicht alle also seine blauen freunde haben wir alle er bringt den ignorieren wir einfach hey da hat mir noch gar kein ist der erste das hat noch nicht so viele von denen noch gar kein guck mal hier auch schon wieder ernst zeit für kaffee ist auf jeden fall die richtige richtung das wird genau hier sein also vielleicht ist ja von der anderen seite ein eingang hier der muss irgendwo hier unten drin sein ich muss noch ein bisschen aufpassen wir müssen hier ein bisschen zielen gerade bisschen rechts da hinten sitzt der drin aber ich glaube mal eher dass der eingang irgendwo von hier unten ist da schon wieder so weit weg wie viel schwefel hier schon wieder liegt ich glaube hier sind wir doch aber der eingang muss eher hier sein meine kühle ist doch viel zu weit weg wenn hier nicht irgendwo ein eingang ist wenn hier nicht irgendwo ein eingang ist wir werden gleich irgendwo in die lava da unten fallen wenn wir weiter so machen zack vogeltot können wir wieder gehen da ist ein schnell reisepunkt ich wollte da oben mal hier hinten wollte ich mal gucken ach mensch die machen es einmal ordentlich einfach ne ne ist auch kein eingang das ist gar nicht wie viel wir von dem haben das wollte ich nicht entschuldigung ne 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 Oh, guck mal, da fehlt auch nur noch einer von denen. Da fehlen noch fünf. Einer. Viel zu viele. Mhm. Noch gar keinen gesehen von... Also gesehen schon, aber noch nie gefangen. Oh, von dem machen wir auch noch einige. Nehmen wir schon ein paar mehr. Mhm. Hier, so. Haben wir alle zehn. Passt. Brauchen wir nicht mehr mitnehmen. Na. Das ist der in der Höhle drin, ne? Aber vorne in der Höhle. Also den... Aber der ist halt 49, also... Achso, was machen wir hier eigentlich? Also wir sind schon wieder Arsch weit weg, ne? Was soll denn der sein, ey? Das Problem, was wir gleich haben, ist... Also wie er dunkel wird. Die haben wir alle. Also wir könnten noch mal einmal hinfliegen. Und nochmal gucken von oben. Äh, nicht, dass von hier irgendwo der Eingang ist? Guck mal, das grüne Ding da unten. Soll ich jetzt? Aber wir müssen nochmal schnell absetzen. Es wird auch gut funktionieren. Ich sehe gar nichts. Hams! Schwierig manchmal, ja. Aber meistens, wenn er in der Höhle ist, haben die Eingänge doch eigentlich sind die meistens, ähm... beleuchtet oder sowas. So ein bisschen. Schauen wir nochmal. Fliegen wir mal direkt drüber. Aber vielleicht sehen wir ja wirklich was im Dunkeln oder so, äh... Späti sind das eigentlich. Vielleicht doch von der anderen Seite. Ah, da unten machen wir doch, glaub ich, oder? Okay, er ist genau hier. Ach, von hier haben wir ja geguckt. Hier gab's ja keinen Eingang. Hier sehe ich auch keinen Eingang. Da hinten eventuell noch? Wo, er ist halt genau hier drin, ne? Also... ... ... ... ... ... ... Ich gucke, nicht wundern. Hä? Walscher, achso. Wo könnte denn die, könnte eigentlich... Ja, Entschuldigung, dass ich hier die ganze Zeit zuhau. Dann ist er eh zu stark, dann hauen wir wieder ab. Also hier ist kein Eingang. Ich gucke jetzt nochmal von hier, aber die ist auch nix. Schwefel, die ist hier. Wir sind doch schon wieder super weit weg. Ja, schade. Ja, dann müssen wir den anderen, aber der war halt ganz schön kräftig, ne? Der war ziemlich kräftig, der andere. Na gut, ein Level mehr, aber. Oh, warte mal. Dich brauchen wir auch noch. Boah, guck mal, kennst du mein Kumpel? Mach mal! Ich guck mal, ich kriegste gerade, ey. Hör auf! Mach ich nicht kaputt! Wie hast du denn jetzt alles da angehitelt? Ach, die Bruderschaft, die schläft da hinten? Ja! Oh! Hei, hei, hei. Heiß, jöi. Heißes Pflaster! Haben wir 18.000 punkte ne erfahrungspunkte nehmen wir mit genauso wie das ei als hier liegt Und mich ärgert das ein bisschen dass du es dort jetzt nicht gefunden haben Warte mal okay wir müssen jetzt die zwei machen wir jetzt voll die zwei Da bist du noch ganz zu retten der muss immer so übertreiben Zwei Natürlich geht das so durch Ach wisst ihr was ich mache es alleine Stimmt man eben hier auch nicht gleich Ich glaube einen brauchen wir da noch dann haben wir die auch voll Dann holen wir uns neuen Was machen wir jetzt so hier Wir machen jetzt hier Luftangriff Grüße Was haben wir voll Okay Maschinengewehr regelt So sagen wir ab So den haben wir nicht gefunden und machen wir halt den hier Level 49 Klar was denn sonst Müssen wir halt auch noch mal den Eingang finden Genau hier gab es nämlich einen Dungeon Wir gucken erstmal in die Richtung Okay wir müssen noch ein bisschen Machst du jetzt Pause oder was? Schmicholina gönn sich eine schöne Pause Ja pass auf mein Flugtier auch Guck mal da brauchen wir eine Pause Jeder braucht hier eine Pause Ach hast ja geschrieben hast du eine Pause Bis um halb Bis was? Ja bis um vier So lange Ich sehe nichts Ich sollte das nicht immer nachts machen hier 15 Minuten Oh die Nacht ist gleich oben Guck mal hier was seit dem Aufgang geschehen ne Und Viel Arbeit Oh warte mal YouTube Guck mal die YouTube Folge ist voll Warte was Wo bin ich hier eigentlich gerade Aber ich fliege immer noch Ich muss mich erstmal von den YouTubern verabschieden ne So liebe YouTuber Wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Und da klatschen wir ein paar Handballse ne Bis dahin halt die Ohren steif Tohoos